Hi, mein Name ist Max Streb und ich bin Multimedia-Redakteur bei BILD und Twitch-Host. Hi, ich bin Pascal Hamann, VP New Products und Digital Experiences bei Axel Springer. Eine virtuelle Welt für Streamer. Ein Event mit Jens Knossi Knussala, gefeiert von BILD auf Twitch. Twitch und BILD, das passt perfekt zusammen und war ein mega, mega guter Start im Metaverse-Club. Mit einem Konzert von Influencer Knossi präsentierte sich BILD erstmals bei Twitch. Zuschauer hatten das erste Mal das Gefühl, wie so etwas aussehen kann und wir stehen immer noch in den Anfängen vom Metaverse und ich freue mich auf die Zukunft. Der Zuspruch? Enorm. Mehr als 100.000 Live-Zuschauer über alle Kanäle waren dabei. Und im Nachhinein sogar noch eine Million Views auf die Highlight-Clips und auf die VODs, die entstanden sind. Die Resonanz war schon sehr, sehr krass und zeigt, wie innovativ das Ganze sein kann. Als Lounge-Partner wurde KIA gewonnen. Inzwischen wächst BILD über den Club hinaus und baut an einer virtuellen Stadt. Sky is the limit. Wir können auf einen Knopfdruck die Location verändern, wir können die Leute fliegen lassen, wir können die verrücktesten Sachen machen, die in der realen Welt einfach nicht möglich wären. Solche Internetshows werden immer, immer wichtiger. Denkt alleine an die Brille, denkt allein, was da alles in Zukunft gehen wird. Ich glaube, das wird riesengroß. Wir fliegen gemeinsam nach Panama.